hallo ich begrüße euch zu einem neuen video von mir und wir wollen heute mal die alpina nuzet probieren ich habe die von kaufland und sie hat gekostet 99 cent so hier sehe ich gerade gratis eintritt zu einem von 17 freizeitattraktionen mehr informationen im innenteil zum beispiel zum beispiel sea life heide park in begleitung eines vollzahlenden erwachsenen gut da muss also der erwachsene dann richtig lösen und das kind braucht nicht bezahlen naja gut warum nicht so wir haben hier auch die zutaten liste könnt euch ja mal kurz anhalten das video wir haben hier auch eine nährwert tabelle könnt ihr euch auch mal kurz angucken ist logisch das natürlich fett und ja zucker dass das bei so einem naja lebensmittel sage ich mal nicht gerade sehr wenig ist dürfte eigentlich jeden klar sein und jetzt wollen wir das ganze mal aufmachen wir schon gebrochen so so sieht es also von innen aus brauche ich ja nicht extra schneiden so sieht es von oben aus ist schon verdammt weich ja unter den softboxen hier ist ist es leider nicht gerade sehr kühl Ja, das ist natürlich, das ist nur Nusett. Gut, durch diese Wärme jetzt hier ist er auch ein bisschen, ich sage mal in Anführungsstrichen, angetaut. Also ein bisschen matschig, aber der Geschmack, der ist einfach nur herrlich. Dieser Nuss-Nougat-Geschmack, herrlich. Also von mir bekommt diese Schokolade ein Schmickgut mit mindestens 3x3 dicken fetten Plus noch dahinter. Die schmeckt ja mal richtig lecker. Ja, gut, ich habe mir jetzt gerade hier nochmal so, das hier durchgeflogen, nicht durchgelesen, sondern mehr so übergeflogen. Das ist also nicht nur für Kinder, sondern in Begleitung eines an der Kasse vor Ort zahlenden Erwachsenen. Er erhält pro Coupon eine Person, eine kostenlose Eintageskarte für den gleichen Tag. Gültig in allen 8 C-Life-Aquarien in Deutschland inklusive im Park. Im Oberhausen Legoland Deutschland Resort und Legoland Billund Dänemark. Legoland Discovery in Berlin und Oberhausen Hamburg. So, und was geht's? So geht der Originalgutschein unaufgefordert beim Erwerb der Eintrittskarten an der Kasse abgeben. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionsvorteilen. Also, ich sage mal, wenn das nicht nur für Kinder ist, sondern auch für Erwachsene ist das schon, ja, also mein lieber Mann. Wenn man sich mal so die Eintrittspreise anguckt, ich sage mal, Heidepark-Soltau müsste ein Erwachsener so, wenn ich jetzt da richtig liege, bei 30, 35 Euro sein. Und ich sage mal, wenn man da zu zweit hinfährt und braucht nur 35 Euro zu bezahlen, dann ist das natürlich, also, jede Menge. Jede Menge. Und das ist also schon mal nicht schlecht. Und das Ganze ist gültig sogar noch bis zum 31.03.2015. Also, da haben sie sich ja mal richtig. Ich sage mal, in Unkosten gestürzt. Wenn das nur, ich sage mal, jeder Zehnte, der so eine Schokolade kauft, einlöst. Ich bin gerade am überlegen, weil wir fahren ja immer hoch an die See. Und wir kommen ja in Soltau vorbei. Ich werde mir das Teil mal aufheben. Okay, also, wie gesagt, die Alpina Nusetta kann ich unangeschränkt weiterempfehlen. Die ist tip top. Okay, dieses Video war jetzt ein wenig länger, wenn es auch nicht sehr informativ war. Hoffe ich doch sehr, dass es euch trotzdem noch gefallen hat. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. 師? Ja.